Arthur Conan Doyle Der bleiche Soldat Meines Freundes Wotsons Vorstellungen sind begrenzt, wenngleich außerordentlich hartnäckig. Lange Zeit hat er mich belästigt, ich sollte auch einmal eines meiner Erlebnisse niederschreiben. Vielleicht habe ich mir diese Belästigungen selber eingehandelt, weil ich oft die Gelegenheit ergriff, ihn darauf hinzuweisen, wie oberflächlich ich seine Berichte fände, und ihn anzuklagen, er schmeichle zu sehr dem landläufigen Geschmack, statt sich strikt auf die nackten Tatsachen zu beschränken. Versuchen Sie es doch selbst, erwiderte er, und jetzt, da ich die Feder aufgenommen habe, muss ich eingestehen, ich merke allmählich, dass eine Geschichte so dargeboten werden muss, dass sie den Leser interessiert. Der folgende Fall kann solches Interesse kaum verfehlen, da er zu den seltsamsten Begebenheiten meiner Sammlung zählt, auch wenn sich in Wotsons Auswahl keine Bemerkung über ihn findet. Da ich einmal dabei bin, von meinem alten Freund und Biografen zu sprechen, möchte ich die Gelegenheit ergreifen, um klarzustellen, daß ich mich bei meinen verschiedenen kleinen Untersuchungen nicht aus Sentimentalität oder Laune mit einem Gefährten belastete, sondern deshalb, weil Watson einige bemerkenswerte Charaktereigenschaften besitzt, denen er in seiner Bescheidenheit und angesichts seiner übertriebenen Wertschätzung meiner Leistungen wenig Aufmerksamkeit zuteilwerden ließ. Ein Verbündeter, der jemandes Schlüsse und den Gang der Ereignisse voraussieht, ist gefährlich, aber einer, für den jedwede Entwicklung einen Grund zu unausgesetztem Wundern bietet und für den alles Zukunftige als ein versiegeltes Buch erscheint, ist wirklich ein idealer Helfer. Aus meinen Notizen ersehe ich, daß es im Januar 1903 war, kurz nach Beendigung des Burenkrieges, als Mr. James M. Dodd mir einen Besuch abstattete, ein großer, frischer, sonnengebräunter Mann, ein aufrechter Brite. Der gute Watson hatte mich zu diesem Zeitpunkt einer Gattin wegen im Stich gelassen, und das war während der Zeit unserer Zusammenarbeit die einzige selbstsüchtige Tat, an die ich mich erinnere. Ich war also allein. Ich habe die Angewohnheit, mich mit dem Rücken zum Fenster zu setzen und meine Besucher im gegenüberstehenden Sessel zu platzieren, wo das Licht voll auf sie fällt. Mr. James M. Dodd schien einigermaßen verlegen, wie er das Gespräch beginnen sollte. Ich machte keinen Versuch, ihm zu helfen, denn sein Schweigen verschaffte mir Zeit zur Beobachtung. Ich habe herausgefunden, daß es weise ist, Klienten zu beeindrucken, indem man ihnen eine Probe seines Könnens gibt, und also führte ich ihm einige meiner Schlussfolgerungen vor. Ich sehe, Sir, Sie kommen aus Südafrika. Ja, Sir, erwiderte er einigermaßen erstaunt. Imperial Humanry, nehme ich an? Genau. Ohne Zweifel Mittelsexchor. So ist es, Mr. Holmes, Sie sind ein Hexenmeister. Ich lächelte über sein verwirrtes Gesicht. Wenn ein Gentleman betont männlichen Aussehens ins Zimmer tritt, mit einer Bräune im Gesicht, wie sie die Sonne Englands nie hervorzubringen vermag, und mit dem Taschentuch im Ärmelaufschlag statt in der Tasche, dann macht es keine Schwierigkeit, ihn einzuschätzen. Sie tragen einen gestutzten Bart, und das zeigt, daß Sie nicht aktiv waren. Sie haben die Haltung eines Reiters. Was Mittelsex angeht, so hat mir Ihre Visitenkarte schon verraten, daß Sie Effektenmakler aus der Throckmorton Street sind. In welches andere Regiment hätten Sie sonst eintreten sollen? Sie sehen alles. Ich sehe nicht mehr als Sie, aber ich habe mich darin geübt, auch zur Kenntnis zu nehmen, was ich sehe. Aber wie immer dem sei, Mr. Dodd, Sie haben mich heute Morgen nicht deshalb aufgesucht, um mit mir die Wissenschaft der Beobachtung zu diskutieren. Was hat sich in Tuxbury Old Park ereignet? Mr. Holmes, mein lieber Herr, in dieser Hinsicht gibt es kein Geheimnis. Ihr Brief trug diesen Absender, und da Sie unsere Verabredung in sehr drängenden Worten begehrten, war es klar, daß ich etwas Unerwartetes und Wichtiges ereignet hatte. Ja, in der Tat, aber den Brief habe ich am Nachmittag geschrieben, und seither ist noch ziemlich viel geschehen. Wenn Colonel Amsworff mich nicht rausgeschmissen hätte, er hat sie rausgeschmissen. Nun, es kam jedenfalls einem Hinauswurf gleich. Er ist ein harter Bolzen, dieser Colonel Amsworff. Seinerzeit gab es in der ganzen Armee keinen unbarmherzigeren Schleifer. Zudem war es eine Zeit der rüten Worte. Ich hätte den Colonel nicht ertragen können, wenn es nicht um Godfrey gegangen wäre. Ich zündete mir eine Pfeife an und lehnte mich im Sessel zurück. »Vielleicht erklären Sie einmal, wovon Sie reden.« Mein Klient lächelte unglücklich. »Sie haben mich zu der Annahme gebracht. Sie wüßten alles, ohne daß man Ihnen etwas zu erzählen braucht,« sagte er. »Aber ich werde Ihnen nun die Fakten mitteilen, und ich hoffe zu Gott, Sie wären in der Lage, mir mitzuteilen, was Sie bedeuten.« »Die ganze Nacht habe ich wach gelegen und mir das Hirn zermattert, und je länger ich nachdenke, um so unglaublicher kommt mir das Ganze vor.« Als ich im Januar 1901 in die Armee eintrat, vor genau zwei Jahren, kam der junge Godfrey Amsworff in dieselbe Schwadron. Er ist Colonel Amsworffs einziger Sohn, von dem Amsworff, der im Krimkrieg das Viktoriakreuz erhalten hat, und Gottfrey hatte das Kämpferblut seines Vaters geerbt. Und da war es kein Wunder, daß er sich freiwillig meldete. Im ganzen Regiment gab es keinen feineren Burschen als ihn. Wir schlossen Freundschaft, die Art Freundschaft, die nur entstehen kann, wenn zwei dasselbe Leben führen und alle Freuden und Leiden teilen. Er war mein Kamerad, und das bedeutet viel in der Armee. In einem Jahr voll harter Kämpfe gingen wir gemeinsam durch dick und dünn. Dann traf ihn bei einem Einsatz am Diamond Hill bei Pretoria ein Geschoss aus einer Elefantenflinte. Ich bekam einen Brief von ihm aus dem Krankenhaus in Kapstand und einen aus Southampton. Seitdem habe ich kein Wort mehr gehört. Kein einziges, Mr. Holmes, seit über sechs Monaten. Und er ist doch mein engster Freund. Als der Krieg vorbei war und wir alle zurückkehrten, schrieb ich an seinen Vater und fragte nach Gottfrey. Keine Antwort. Ich wartete eine Weile und schrieb dann noch einmal. Nun erhielt ich eine Antwort, kurz und barsch. Gottfrey befinde sich auf einer Weltreise und er komme wahrscheinlich nicht vor Jahresfrist zurück. Das war alles. Das befriedigte mich nicht, Mr. Holmes. Die ganze Sache wirkte auf mich verdammt unnatürlich. Er war ein guter Bursche und er würde einen Kumpel nicht einfach fallen lassen. Dann herfuhr ich zufällig, daß er einen Haufen Geld erben würde und auch, daß sein Vater und er nicht immer allzu gut miteinander auskamen. Der alte Mann war manchmal ein Eisenfresser und Gottfrey hatte zu viel Charakter, um sich das gefallen zu lassen. Nein, ich war nicht befriedigt und ich beschloss, zur Wurzel der Sache vorzustoßen. Es ergab sich jedoch, daß nach zweijähriger Abwesenheit meine eigenen Angelegenheiten in Ordnung gebracht werden mußten und so kam ich erst in dieser Woche dazu, Gottfrees Fall wieder aufzunehmen und seit ich ihn aufgenommen habe, fühle ich mich gedrängt, alles andere liegen zu lassen, um ihn zu ergründen. Mr. James M. Dodd schien zu der Art von Leuten zu gehören, die man besser zum Freund denn als Feind hat. Seine blauen Augen blickten streng und seine eckige Kinnlade war beim Sprechen energisch vorgereckt. Und was haben Sie unternommen? fragte ich. Als erstes wollte ich seinen Wohnsitz aufsuchen, Tuxbury Old Park bei Bedford und mir die Umstände einmal anziehen. Ich schrieb an die Mutter, ich hatte die Nase von dem mürrischen Vater ziemlich voll und startete einen frontalen Angriff. Gottfrey sei mein Freund, ich nehme an ihm sehr viel Interesse, wolle ihr gern mündlich von dem berichten, was wir gemeinsam erlebt hätten, würde mich in der Gegend aufhalten, ob es Einwände von ihrer Seite gäbe und so weiter. Ich erhielt eine ganz freundliche Antwort und das Angebot, mich für eine Nacht zu beherbergen. Und so bin ich denn am Montag hingefahren. Tuxbury Old Hall ist fast unerreichbar. Es liegt fünf Meilen von jeder Ansiedlung entfernt. Am Bahnhof fand ich keine Kutsche, so mußte ich zu Fuß gehen und meinen Koffer schleppen und es war fast dunkel, als ich ankam. Das große Haus liegt in einem ziemlich weitläufigen Park. Mir kam es vor, als trüge es alle Zeitalter und Baustile zur Schau, angefangen bei Grundmauern aus elisabethanischer Zeit und enden bei einem viktorianischen Portiko. Innen war alles voll von Panelen, gewirkten Tapeten und alten Gemälden, auf denen man kaum noch etwas erkennen konnte. Ein Haus der Schatten und der Geheimnisse. Sie haben einen Butler, den alten Ralf, der fast so alt zu sein scheint wie das Haus selbst und seine Frau ist womöglich noch älter. Sie war Gottfries Amme und ich wußte von ihm, daß er ihr nach der Mutter die meiste Zuneigung entgegen.